In einer Welt, in der den Göttern die Kraft... Echt jetzt? Machst du Witze, Pometheus? Zeus, ich erzähl hier die Geschichte! So fängt man doch keinen Trailer an! Unterbrich mich nicht ständig! Typhon, der Göttervernichter, ist frei. Unsere einzige Hoffnung, die Welt vor dem Chaos zu retten, liegt in der Hand einer Sterblichen. Eine Sterbliche? Die an einer geheimnisvollen Küste an Land gespült wurde. Völlig unvorbereitet auf das Schicksal, das ihr bevorsteht. Na, das kann ja was werden. Ein Greif? Lass mich los! Hilfe! Ich rette dich! Sieh mal! Sie hat gerade Hermes den *** gerettet! Psst! Du verrätst ja schon alles! Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wieder vereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Wir haben nur noch dich, Phoenix. Aber keinen Druck. Dann, äh, danke. Und so, mein lieber Cousin, beginnt Phoenix-Reise. Ganz nett erzählt. Aber nicht eine einzige epische Actionszene. Ah, schon viel besser. Komm und zeig dich! Und? Gewinnt sie jetzt? Das, Zeus, musst du schon selber herausfinden. Ach, komm schon! Videospiele werden doch erst in 2500 Jahren erfunden.